Hallo Leifleit, Alpenmelscheier, wir spielen weiter Minecraft Adventure. Wir sind in der normalen Welt. Rucksack voller Stuff. Das ist aber noch immer nöchtern. Gehen wir zurück, zurück, zurück. Gut gesagt, ist auch okay. Okay, also. Was haben wir jetzt? Wir haben eine ganze Packchen Glowstone gesammelt. Hoffentlich geht das durch. Sonst gehen wir wieder zurück, oder? Voilà. Plus das, was ich im Rucksack gesehen haben, haben wir 2,5 Stacks. Ungefähr, ja. Glas haben wir hier drin gesetzt. Wir haben noch ein bisschen von dem chinesischen Glas. Und wir haben noch eine ganze Reihe neue Ressourcen. Sollte ich mir werden jetzt direkt mal eine Poitruhe extra machen für die Ressourcen. Ich freue mich, ob ich die Nether Sache nicht mehr machen kann. Netherwack. Manchmal gerade geht es. Hast du noch hinweilen? Oder Prudemisch ich die ganze Zeit. Ich fand aber relativ hell, Heubann, ne? Das verrückt, das sind doch immer Monsterspawnen. Sollte ich die Ressourcen. Auf jeden Fall kann ich mit Shaders Remu machen. Schocker Peek. Voilà, das geht die richtige Stimmung, Heubann. Ich fand nicht. Wir haben noch eine Netherwack. Netherbrick. Soul Sand. Ach was? Ja doch, das ging raus, ne? Oh, so geil wie der Pulsier hat. Okay. Ich habe auch den Scheinmann. Haha, das ist so kompliziert, ne? Super. Glowstone setzen ich gerne beim Glas vis-a-vis. Weil für mich fällt da dann eine ähnliche Kategorie wie Glas. Ich kann mir mein Glas schon mal zurückholen. Die werden wir nämlich gut gebrauchen heute. Ich finde, das ist... Hopp. Voilà. Und da brauche ich auch vielleicht ein bisschen Holz. Ich kann hier noch den Quartz legen. Mit ganz viel mehr. Ein Block von Quartz. Wir brauchen nicht so viele Slots. Was? Was tun ich denn heute mit? Ist doch komplett falsch Platz. Oh, ne. Ich kann nicht immer mit mir gern irgendeine Pickaxe. Ah, er stöpert. Kann ich mir sehen. Voilà. Heikend da dran. Setzen den auch dran. Ein bisschen Banonnenholz. Nicht kein Holz, sondern größte Quantitäten. Ah. Witchwood. Okay. Komischen Holz. Ja, das ist den vom... vom Whitewood. Da haben wir... Jo, größte Quantitäten von dem ausgeernt. Ich gucke, ob ich noch mal Truhe machen kann. Ja. Was meinst du? Voilà. Drei zusätzliche Truhen können wir nur machen. Ja, das ist gut. Ich fälle mal High weiter ab. Voilà. Und da können die noch High Glowstone direkt neben drinnen. Schön. Obwohl ich Glowstone direkt zurückhole. Schönen. Wenigstens E-Stack. So dass ich das mal weitermachen kann. Okay. Ich bin ein Chinese Glas. Ich bin das hier. Ich schürze noch ein Buch. Ich gucke, werde ich noch im Rucksack hängen können. Hier ist ein Trappestecker. Super. Brauchte aber nicht direkt zu machen. Jetzt hatte ich also auch die ganze Zeit dabei. Jetzt noch ein bisschen Glas. Okay. Und da fängt man endlich an. Das wird man im Funk für einen 3-Episode machen. Ich meine, ich fänge nicht mal ohne, an dem ich Heimold schon das durchsetzen. Das ist mir nicht. Ist das nur wirklich geschieht? Ah, nein. Wir werden so weitermachen und dann haben wir gleich keinen gelöst in mich. Verlehrt. Den haben wir einen Dust. Bei der Zerstörung davon. Voilà. Warte, ist egal. Warte, schlug einen schönen Trapp. Gehen wir einen Trapp. Ich finde nicht cool, wenn ich den Trapp so benutzen kann, für Sachen ein bisschen aufzuräumen. Ich könnte eigentlich viel mir genau Stecker machen. Ich könnte Dreiecke Stecker machen, die dann so hochrutschen gehen oder so. Ich würde gehen, damit das alles der Carpenter satt und ich mich noch nicht so viel so rausgeschafft. Blasphemie. Und dann ein Chines Glas. Ein Heim damit. Auch ein Min zum Schluss. Und dann füllen wir den Rest ab mit Glas. Cooles Zeug. Und das ist krass, wie viel Kamei die wir heimgieren können. Und dann füllen wir die Kirche, die da bei sich halt. Ein Problem ist, dass die Mikro ist nur so, dass die am Anfang alles abhält. Die Leute haben keine so Back-Ram-Noise-Reduction. Was auch immer so. Was auch noch behaupten. Und am Anfang der Bullshit ist. Weil an dem Sinne so absaktiviert meistens. Weil er ja den komplett möglich geht. Ähm. Wie man steht hier am besten. Also wir mal. So. Wie. Oh hättest du dich gleich ab. Oh ok das Punkt zerläuft. Dafür halt hier so lange. ich habe seit mal schmiss kabbelstern schon am am polverweiser hund weil das war das schon geht definitiv nicht durch ich merke wie schnell das glas fort geht das kann ich mal nicht einfach zählen genau wie viele schon braucht und dafür bereden für die nächsten episoden merkt es wirklich geschieht ok muss ich jetzt nach truhe ran es hat geschieht an versteht aming vision also ich meine vision wie das ganze heißt gesagt man gelassen die dem warten truhe wie gesagt die könnte nicht von mir das lachen der mauer dem ich mich ein bisschen kreise ich bin nur mit glas so gemeint egal ich werde sowieso eigentlich die ganze mauer auch im wässlen weil der bude mit dem heute kabel gefällt mir wirklich das passt super schmink da kann ich nicht so und mein glück hätte ich ihn wirklich nicht könnte kriegen mit dem blick die die rundere menge rumbilden toll voilà das sei das gemäht dann machen wir noch an der richtung weiter fucking kreiber ich erlebe da nicht jetzt das explodieren und ich zwinge dich da direkt mal zu suchen woher du kannst geboren du hast helf und hallo mit all block los denn wenn wir mal ein paar fackeln ich vertraue in der sache ihnen zum beispiel nicht so also definitiv halme kreiber brauche ich selber nicht aber so absurd nicht also bock ich werde dann weiter buddeln weiter wie gesagt dynamische muster machen wiedergesehen als überall glowstone setzen mit effektiv weit fackeln hier werde ich muss eine mauer abschleuen aber da und ich muss ein bisschen abschleuen bis zu der nächsten episode werde ich die heute mauer wahrscheinlich waschfriessen weil das ist wirklich nicht interessant ich habe einfach nur mich spät das idee hat heute aber noch weiter zu buddeln den rei so dass man die mauer proper können symmetrisch machen wir auf der anderen seite ich werde überall glowstone setzen und schiedere ihn aus dem schluss glücklösch haha naja leute das war Alpenmilchgaming ich wünsche euch dann noch einen schönen dach und bis morgen für mehr minecraft adventure alle tschu